Das zu mietende Fünfzimmer Einfamilienhaus steht in Neustadt. 1749 wurde dieses Gebäude erbaut. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 150 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von 125 Quadratmetern. Die Kaltmiete der Immobilie beläuft sich auf 780 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Läuftung 3. 5. 6. 5. 6. 7. 7. 8. 10. 10. 11.